Natürlich eine Herausforderung an der Stelle, denn das wird gar nicht so herrlich, sondern es kommt von Westen. Das nächste Tief bringt mildere Luft, vor allen Dingen in der Höhe, in tieferen Lagen ist dann noch die Eiseskälte da. Das kann zu gefrierendem Regen führen, also morgen gilt eine Achtung, vor allen Dingen im Westen Deutschlands. Und das bedeutet wiederum, es ist gar nicht so herrlich. Es gibt allerdings eine herrlich kalte Nacht nach einem ganz schön schönen Tag. Und dieser schöne Tag wurde in Pürgen, das im Landkreis Landsberg am Lech, eingefangen von Daniela Lang. Und so kann man derzeit, es ist ja noch Herbst nach dem Kalender, durch winterliche Verhältnisse marschieren. Und dann ist es über dem Schnee jetzt, wo es eben aufgeklart und ziemlich wolkenlos ist und windstill, kalt geworden. Gottfrieding, Straubing, Heid Mühler am Dreisessel, alle minus 17 Grad aktuell. Köln minus 1 im Westen, da ist es deutlich milder, aber eben noch unter Null. Und jetzt gucken wir auf das Tief. Das ist das Tief. Und Sie sehen hier auf der Vorderseite noch blau, das heißt Kälte, und danach grün und gelb, das heißt deutlich höhere Temperaturen. Das macht dann folgende Wetterentwicklung. Einerseits gibt es jetzt nochmal das erste Schneegebet über Nordrhein-Westfalen nach Niedersachsen ziehend. In der Osthälfte ist es deutlich ruhiger. Und dann drückt das Tief nach morgen Vormittag hier im Westen teilweise zumindest der gefrierende Regen. Das Ganze bewegt sich nach Osten. Dahinter gibt es dann ganz im Westen später auch den Regen. Aber wegen der Glätte vorsichtig sein. Tiefstemperaturen in Bayern minus 16 bis minus 20 Grad. Ganz im Nordwesten leichte Plusgrade, alle anderen dazwischen. Morgen Nachmittag in der Osthälfte frostig am Rhein plus 5, München minus 6. Kurz die Aussichten. 6, 7 Grad im Westen am Dienstag von Osten her. Da wird dann auch vereinzelt zumindest gefrierender Regen ankommen.